Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Unforseen Incidence. Ich hätte fast den Namen vergessen, weil ich nebenbei jetzt gerade mein Kaffee hier am Umrühren bin. Ähm, wir haben vieles herausgefunden, aber nicht das alles, was wir brauchen. Also, den Aquariumsschlauch konnten wir nicht benutzen. Moment, Aquariumsschlauch? Können wir den vielleicht im Aquarium benutzen, meine ganz blöde Frage. Die Lackierpistole? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht so genau. Oh, was ist das denn? Achso, das war die Autobatterie. Ah, die können wir doch bestimmt schon einbauen. Die habe ich komplett vergessen, ehrlich gesagt. Äh, hallo? Jetzt habe ich ja irgendwie hinter meine Flasche gerade geklickt. Hab nie mehr gesehen, wo ich hingeklickt hab. So, das probieren wir auf jeden Fall noch. Habe ich das denn tatsächlich in der letzten Folge verband? Ich... Kleiner Schelm hier. So... Autobatterie. Die können wir schon mal hier reinmachen. Sehr schön. Müssen wir die irgendwie verbinden? Ich hoffe, die funktioniert noch. Ja, das werden wir dann sehen. Aber ich denke mal, verkabelt hat er die jetzt automatisch, oder? So, darum haben wir uns schon gekümmert. Den Schlauch haben wir schon ersetzt. Die Zündkerzen sind ja an dem... Es war kein Motor. Was war denn das oben? An dem Ding, was da hoch hing dran. Das haben wir auch ersetzt. Ölstand ist soweit. Okay. Ja, dann können wir hier rausgehen. Dann brauchen wir nur noch die eine Sache. Boah. Diesen Punkt hier zu erwischen. Ähm... Öl. Genau, das war's. Ich wollte mal gucken... Ja, jetzt weiß ich's wieder. Ich wollte mal gucken, ob wir... Eventuell Öl bei uns irgendwo finden. Haben wir ja eigentlich schon was drin gefunden? Wir haben doch schon mal da drin gewühlt, ne? Seltsamerweise war die Strumpfhose der am wenigsten widerliche Gegenstand da drin. Hm. Genau. Die hatten wir da drin gefunden. Jetzt schauen wir noch mal eben. Wir hatten doch... Das ist Schrott. Mal gucken, ob wir da... Ich könnte den ganzen Schrott mal wegschmeißen. Theoretisch. Aber ich sammle lieber noch ein bisschen mehr. Ja, warum auch nicht? Also, wenn man so ein Hobby hat, um Sachen zu reparieren und so weiter, warum sollte man dann nicht... Alter Radiokram. Was brauchen wir noch mal? Hm... Die Zündker... Ne, äh... So Schmierzeugs. Ja, das werden wir da auch nicht drin finden. Ich mag es, an alten Radios und Geräten rumzubasteln. Aber wahrscheinlich habe ich schon genauso viel kaputt gemacht wie repariert. Naja... Äh... Der Wasserhahn leckt. Das ist mir ehrlich gesagt vorher noch gar nicht aufgefallen, glaube ich. Aber okay. Aber hier oben habe ich jetzt auch nichts... Was irgendwie ölig wäre oder so, ne? Ja, das sind nur die Bilder. Tja, ich habe auch nichts... Ich weiß auch immer noch nicht, warum wir eigentlich hier diese... Zeitungen bekommen haben. Moment, ist das eine Telefonnummer? Hm... Drei mal die fünf... Drei vier... Drei drei... Eins eins... Ach... Komm... Ich wollte nur raus. Drei vier... Ja, jetzt ist das unten... Ne, da muss ich nochmal gucken. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus, wenn ich da drin stehe? Moment... Ach so, indem ich nochmal draufklicke. Ah... Okay... Also... Drei mal die fünf... Drei vier... Drei drei... Eins eins... Drei vier... Drei drei... Eins eins... Ach so... Guten Tag, Sie haben die Yeltaun Times erreicht. Wenn Sie sich dafür interessieren, eine Anzeige in unserer Zeitung zu platzieren... Anzeige... Kann man da nochmal anrufen? Oder ist die Nummer falsch? Ja, wahrscheinlich geht das immer aufs Gleiche, ne? Probier's trotzdem nochmal... Drei... Uhhh... Drei vier... Drei drei... Drei... Drei eins eins... Guten Tag, Sie haben die Yeltaun Times erreicht. Wenn Sie sich dafür interessieren, eine Anzeige... Ja, gut, okay... Ähm... Ich schätze mal, das bringt's auch nicht, wenn ich jetzt hier anrufe. 4, 2, 4, 2, 3 mal die 7. 4, 2, 4. Was habe ich jetzt gesagt? 2, 3 mal die 7? Nee, 1, 3 mal die 7, oder? Peinlich. Geht niemand ran. Ja, es war die falsche Nummer, oder? Doch, die 2. Also 4, 2, 4, 2, 3 mal die 7. Okay. 4, 2, 4, 2, 3 mal die 7. Port Nicola Times? Es tut mir leid, aber der Nachtredakteur ist gerade dabei, das Gebäude zu verlassen. Hey, entschuldigen Sie die Störung. Ich habe eine Anfrage zu einem Journalisten namens Halliwell. Halliwell? Oh, Halliwell. Ja, sie übernimmt in letzter Zeit einige Freelance-Aufträge für unser Blatt. Oh, tut sie das? Irgendwas, das ich gelesen haben könnte? Sie hat zur Berichterstattung über die Ausbreitung der Krankheit in Yeltraum beigetragen. Darf ich fragen, worum es hier geht? Können Sie ihr meine Nummer geben? Ja. Ich habe eine Nachricht für Sie. Sie können Ihre Nachricht bei mir hinterlassen und ich gebe es an Sie weiter, sobald ich Sie sehe. Nein, ich muss sie ihr persönlich übergeben. Es ist wirklich ziemlich dringend. Tut mir leid, ich kann keine persönlichen Daten herausgeben. Ja, ich verstehe, aber... Danke für Ihren Anruf. Alter! Hätte ich da doch die Nummer hinterlassen müssen, oder... Ich rufe da jetzt nochmal an. 4242, dreimal die sieben. Efft euch. Die Redaktion ist zurzeit geschlossen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Mist! Tja, und nun? Bei den anderen... Naja, was ist denn... Ich muss diesen Halliwell von der Times finden. Ja, du hast doch gerade schon herausgefunden, dass das eine Sie ist, Junge. Das ist mein Ausweis. Ja, warum ich den immer noch habe, weiß ich nicht. Also, ich meine, dass der den nicht abgibt, das ist mir schon klar. Aber tut sich jetzt vielleicht irgendwas, wenn ich hier anrufe? Wahrscheinlich nicht, oder? 343311... 343311... Guten Tag, Sie haben die Helltown Times erreicht. Wenn Sie sich dafür interessieren, eine Anzeige... Ja, okay. Wir haben immer noch den Aquariumschlauch. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, wo wir den... Doch, ich glaube, den hatten wir aus dem Schrank, oder? Der ist immer noch hier am... Hmm... Wenn ich unter einer anderen Nummer anrufe... 4242... 3 mal die 7... Ja, schade. Die Redaktion ist zurzeit geschlossen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Mist! Okay. Da ist nichts mehr drin. Können wir irgendwas mit dem Aquariumschlauch in den Aquarium machen? Ich weiß nicht, wie ich den Aquariumschlauch hier verwenden sollte. Ja, ich auch nicht, aber... Da darf ich nicht rein? Ich habe keine Zeit, an hunderte von Zimmertüren zu klopfen. Es muss einen besseren Weg geben, Halliwell zu finden. Achso, vielleicht kann ich aber später da rein. Das kann natürlich sein. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt hier ein Hut hier drauf? Hier war aber sonst nichts mehr Billardtisch, das... Das will den nicht davon überzeugen, dass ich über 21 bin. Nö. Ist ja auch total egal. Wie läuft das Spiel wegen des Drings? Ja, das war nur... Wie läuft das Spiel? Ziemlich spannend. Schaust dir doch mit uns an. Ja! Wir könnten ein paar zusätzliche Raccoons-Unterstützer gut gebrauchen. Wenn ich eine Gruppe erwachsener Männer um ein Stück Leder kämpfen sehen wollte, würde ich zum Schuh-Discounter gehen. Zeigen die das Spiel da auch? Wegen dieses Drinks... Was darf's sein? Einen Orangensaft, bitte. Tut mir leid, haben wir nicht. Habt ihr Apfelsaft? Leider nicht. Wie wär's mit Ananassaft? Gibt's auch nicht. Tut mir leid. Johannisbeersaft? Die Prohibition ist vorbei, Kumpel. Wir verkaufen überhaupt keine Säfte. Wir haben eine strikte Nur-Alkohol-Richtlinie. Nur-Alkohol-Richtlinie? Ihr müsst eine Menge Beschwerden bekommen. Nein. Das ist das erste Mal, dass es überhaupt angesprochen wird. Ein Bierchen, bitte. Bitte sehr. Danke. Ja, kümm... Ach, nee, aber mit dem Bier kann ich nichts ölen. Wo krieg ich jetzt was zum Ölen hier? Da macht der nur die Tür zu, ne? Dieses dumme Spiel vereinnahmt ihn total. Wer ist dumm? Tja. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Da ist nur Hotel angezeigt. Können wir denn... Die Lackierpistole bringt mich hier nicht weiter. Ja, ja, aber... Keine Lust, das sauber zu machen. Ich hab halt auch nirgendwo Öl oder so, ne? Klebstoff, das ist nur das. Na gut, gehen wir nochmal zum... Schrotthändler-Notstromaggregat. Es kann nie schaden, ein Notstromaggregat zu haben. Ich hab Mr. Siegel geholfen, es aufzubauen, damals, als ich noch zur Highschool ging. Aber können wir da irgendwas mit machen? Die Lackierpistole bringt mich hier nicht weiter. Ja, es ist mir alles schon irgendwie klar, aber... Ich bin nicht hier, um sauber zu machen. Warum nicht? Hier ist kein neuer Anstrich nötig. Ja. Durchwühlt ja mal auch schon alles. Der Elektroschrott ist meine Lieblingsschrottsammlung hier. Ich habe hier schon so allerhand Perlen der Radiotechnik aufgespürt. Nur langweiliger Plunder. Der Kreislauf ist... Achso, nee, doch, hier habe ich das Bier. Ja, ich weiß das doch alles, aber irgendwie muss ich doch... Ja, stimmt, das seit ich schon mal ausprobiert habe. Ein paar rostige Radkappen und einen alten Föhn. Naja, vielleicht hätten wir den Föhn gebrauchen können. Aber gut, das ist natürlich auch nichts zum Ölen. Was ist in diesem Haufen? Hm, nur ein alter, verbogener Einkaufswagen. Wie lange der Motor da wohl schon hängt? Hoffentlich ist er nicht total vom Rost zerfressen. Genau, ein Motor ist es gewesen, was da hing. Was ist das? Da kann man auch nichts... Um nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Aber Kühlmittel bringen ja auch nichts, ne? Gibst du mir mal eine Flasche Kühlmittel? Klar, welche? Im Prinzip ist es ja egal, ob es biologisch oder... äh... anorganisch ist, oder? Also, E12 war das, was wir brauchten. Mhm. Kann ich etwas E10 haben? Sicher? Ich weiß schon, was ich tue. Na gut. Bitte sehr. Danke. Gibst du mir mal eine Flasche Kühlmittel? Klar, welche? Welche? Gib mir das G12, bitte. Sicher? Ich weiß schon, was ich tue. Na gut. Bitte sehr. Danke. Frage, das haben wir jetzt auch wirklich alle. Ja. Äh... Ich brauche eine Flasche G18. Sicher? Na gut. Danke. Der Hebel des Krans scheint... Ah, ja. Die alte Lady muss mal wieder ein bisschen geschmiert werden, wenn du verstehst... Ja, ich hoffe, ich ver... Lass uns über was. Ich will über nichts anderes reden. Ich will einfach nur, dass dieser blöde Hebel da oben endlich mal... Ne? Ach, er hat wirklich nur das letzte gelassen. Das kühle ich lieber nicht. Na, das ist echt zum Kühlen. Hm. Dann müssen wir den Professor fragen. Das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt. Das ist jetzt das Einzige, was ich noch machen kann. Und was ich eigentlich machen wollte... Hier rechts war ja nichts mehr, ne? Kann man irgendwo hin... Was war denn hier oben eigentlich? Da war doch auch irgendwas, was ich weggenommen hatte. Ach ne, das war glaube ich diese Flasche oder dieses Glas oder sowas. Äh, der ist hier runter. Oh, komm, nehmen wir das jetzt an. Hm, hier sind sonst nur Warnsachen. So, ich würde sagen, hier rechts, das könnte eventuell noch was sein. Radio. Laborausrüstung. Reden wir erstmal mit ihm. Hey, Professor. Hallo, Harper. Äh. Ihr Auto ist noch nicht repariert. Ich bin aber noch dran. Jake hat der Karre ordentlich zugesetzt. Danke, Harper. Hm. Mehr kann der nicht. Wie war das mit diesem Gummianzug nochmal? Es sollte ein Klacks sein, ihn wie die AHC-Anzüge aussehen zu lassen. Und er ist nicht aus Gummi. Wiedersehen, Professor. Mach's gut, Har. Alles, was man in einem Labor so braucht. Kannst du nicht einfach mal nachgucken, äh, ob da irgendwo was drin ist, was du mitnehmen kannst? Ich muss hier nicht weiter rumschnüffeln. Doch, musst du. Ich hab hier schon genug rumgewühlt. Alter. Hör doch mal auf mich. Vielleicht braucht McBride hier ein Heilmittel für das Yelthornfieber zusammen. Wenn es doch nur so einfach wäre. Hey, Professor, kann ich mir Ihren Laptop ausleihen? Tut mir leid, Harper. Wie du weißt, brauch ich ihn für meinen... Für Ihren Forschungskram. Ich weiß, ich weiß. Genau. Und ich mag dieses Minenspiel. Na gut. Also gut nicht, aber... Können wir hier vielleicht was zusammenbasteln? Auch nicht. Keine Lust, das sauber zu machen. Keine Lust, das sauber zu machen. Ah, das gibt's doch nicht. Äh... Ich auch. Aber ich muss ja irgendwie mal was kombinieren. Ich wüsste nicht, wie ich den... Eine Lackierpistole. Hm. Was? Scheint mit etwas Farbe verstopft zu sein. Das ist jetzt nie euer Ernst. Damit sollte sich die verstopfte Düse reinigen lassen. Wo ist die jetzt hin? Die Düse ist jetzt frei. Aber damit kann ich nicht ölen, oder? Ich wüsste nicht, wie ich den... Ich glaube nicht, dass ich das tue. Du kannst alles nicht tun, was ich jetzt gerade hier versuchen möchte. Das tue ich lieber nicht. Äh... Tja. Hier ist kein neuer Anstrich nötig. Hier gibt's keine Fische zu füttern. Also, ich bin jetzt echt überfragt, was ich jetzt hier machen soll. Weil ich kann ja auch quasi nichts kombinieren. Achso, das ist nur das. Okay. Das RHC-Outfit sieht im Overall des Professors wirklich ganz schön ähnlich. Mit Ausnahme dieses roten Streifens. Und dem RHC-Abzeichen auf der Brust. Ah, Moment. Mit Ausnahme des roten Streifens. Ich kann die Farbe nicht einfach auf den Anzug gießen. Da hat er auch wieder recht. Brauchen wir also noch einen Pinsel für, um das zu machen. Okay, ich werde es mir nicht merken. Ich versuche es mir trotzdem zu merken. Ähm... Moment. Nee, das ist nur das Plakat. Was braucht ein Kunstwerk, das für die Allgemeinheit aufgestellt wird? Totenkopfhände, aus denen Tränen fließen. Und Monitorköpfe. Na klar. Jakes Kompressor. Die Teile sind echt teuer. Jack würde den hier nicht einfach so rumliegen lassen. Es sei denn, er hatte nie vor, zurückzukommen. Das kühle ich lieber nicht. Ich wüsste nicht, wie ich den Aquariumschlauch hier verwenden sollte. Ich auch nicht. Ich will nur einfach... Ich bin nicht hier, um sauber zu machen. Ah. Ähm. Hier ist er... Moment. Nein. Zumindest der Ölstand sieht gut aus. Ich könnte mit dem Schlauch etwas Öl aus dem Tank lassen, aber er ist viel zu lang. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Ich kürze den Schlauch ein bisschen. Schlauch, Schlauch, Schlauch. Wo bist du? Bleib hier, Schlauch. Ich kann diesen Schlauch benutzen, um ein wenig Öl aus dem Tank zu lassen. Okay. Ich muss nur ein wenig saugen und dann... Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ah, dass das so einfach ist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ah. Ah. Okay. Jetzt aber. Wenn ich jetzt nicht an diese scheiß Zündkerzen komme, dann weiß ich auch nicht weiter. So. Das mit dem Hebel. Damit sollte es gehen. Ja. Achso. Ich warte jetzt da drauf. Wuhu. Alter. Das Ding ist doch kaputt, wenn das unten ankommt. Hey. Da sind ein paar Zündkerzen im Motor. Ja. Darum ging es. Dein Abmarsch zum Auto. So. Und ich wette fast mit euch, dass das Auto jetzt trotzdem noch defekt ist. Selbst wenn wir das jetzt hinkriegen. Das wäre so typisch für so ein Pointing-Click-Spiel irgendwie. So. Einmal Motorhaube. Und Zündkerzen. Zack. Ich habe das Auto repariert. Sehr schön. Ich habe das Auto repariert. Ja gut. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Aber gut. Aussehen tut es trotzdem nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Äh. Der. Der. Professor ist hier. Professor. Hey Professor. Hallo Harper. Ich habe ihr Auto repariert. Oh. Wunderbar. Ist der Schutzanzug soweit? Ich arbeite dran. Fabelhaft. Nein. Oh. Aber ich habe nichts, womit ich das... Obwohl. Okay. Hey. Oh. Nee. Na. Die Lackierpistole muss in einen Kompressor angeschlossen werden. Dein Ernst jetzt? Puh. Reicht da jetzt der Generator für? Ach nee. Warte mal. Ach Quatsch. Der hatte doch hier einen Kompressor stehen. Ich wollte gerade sagen, hat der jetzt irgendwie so einen Anschluss dafür oder sowas? Was ist genau hier? Ähm. Zack. Ich habe jetzt nur so typisch Point-and-Click mäßig gerade gedacht. Hm. Vielleicht kann ich den roten Streifen mit der Lackierpistole auf den Anzug sprühen. Ach nee. Hey. Das hat ganz gut geklappt. Ich bin ein wahrer Künstler. So. Die Frage ist jetzt allerdings... Was hatte der? Moment. Was sagt der da nochmal? Ich habe den roten Streifen auf meinem Anzug. Fehlt nur noch das ALC-Abzeichen. Ich weiß nicht... Also sein... Seinen Ausweis... Kann man da nicht einfach... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wie das Zeichen aussieht, weil es ist alles so klein. Äh. Hm. Das ist jetzt eine gute Frage. Haben wir hier... Aber wir haben hier auch nichts, was wir irgendwie benutzen könnten oder so. Ich denke mal nicht, dass der dieses Zeichen irgendwo auf dem Trikot hat, ne? Irgendjemand hat das total voll gekritzelt. Wie schade. Ja, ne? Sollte man direkt mal waschen. Ähm. Okay. Hier links kann man auf jeden Fall nichts. Da ist auch kein Zeichen drauf, ne? Ich frage mich, wessen Bettlagen das ist. Hm. Aber ich bin ja schon froh, dass ich zumindest ein bisschen weitergekommen bin. Mit ihm kann man gar nicht reden. Naja gut, es sei denn, dass ich das irgendwie unterbrechen würde. Ich weiß nicht, ob der Professor mir weiterhelfen kann. Ich rede jetzt nochmal mit dem Professor. Ich meine, der Typ vom Schrottplatz, der wird mir wahrscheinlich nicht weiterhelfen können, denke ich mal. Ähm. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die irgendwo hier lag, die, ne? Achtung, Einwohner von Yeltaun. Seuchen Alarm. Akute An. Achten Sie auf diese. Wow. Die Kopfschmerzen. Blutungen aus den. Sie oder jemand. Das entspannt mich jetzt. Hm. Das sind die gleichen Zeichen. Gucken wir nochmal kurz. Das ist eine Gegensprechanlage. Mrs. Danman? Alles in Ordnung bei Ihnen? Hier ist Harper von nebenan. Wer ist da? Harper Pendrell. Genies Sohn. Harper. Geh sofort zurück nach Hause. Und zieh dir einen warmen Pulli an. Aber ich... Du solltest nicht draußen sein. Jetzt, wo dieses schreckliche Fieber überrascht. Ja, natürlich. Bloß nicht an die frische Luft, damit man bloß nicht irgendwelche Abwehrkräfte oder sowas entwickelt. Da sagt er überall nur das Gleiche, ne? Achtung, Einwohner. Achtung, Einwohner. Kopfschmerzen. Blutungen aus Sie oder was für eine... Tja. Trautesheim. Schrott allein. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass der irgendwas gesagt hat. Also der Professor, dass der irgendwas hat, was so aussieht. Na gut, das Schild hat da auch nichts mit zu tun. Bitte keine Münzen ins Wasser werfen. Das Wasser ist voller Münzen. Kann man aber leider nicht nehmen, ne? Schade. Kann man hier noch irgendwas machen? Ich hab hier schon genug rumgewühlt. Hm. Hey, Professor. Hallo, Harper. Wie war das mit diesem Gummianzug nochmal? Es sollte ein Klacks sein. Ihn wie die AHC. Und er ist nicht aus... Wie war nochmal der... Du schleichst dich in das Behandlungskämpfer. Oh. Ich hatte gehofft, dass es dies... Wiedersehen, Professor. Mach's gut, Harper. Hagerfläche. Sonst haben wir hier nichts mehr. Das ist auf die Nachbarin eingestellt, hat er gesagt. Tja, ansonsten wüsste ich jetzt aktuell... Nicht, was wir da noch hätten machen können. Umschlag. Ja. Nee. Also so auf Anhieb habe ich wirklich absolut keine Ahnung, ähm, was ich jetzt aktuell noch machen könnte. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt irgendetwas tut, wenn ich da nochmal anrufe, aber ich denke eher nicht, dass sich da noch irgendwas tut. Könnte man vielleicht mal probieren in der nächsten Folge, weil wir haben jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde. Diese Folge ist jetzt eher so ein bisschen, äh, ja, rumwuseln und überlegen und weniger tun gewesen. Es tut mir auch leid, aber es ist ein Point and Click. Das ist, ja, bleibt eben nicht aus. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ich mache mir da noch so ein paar Gedanken drum, wo wir dieses RC-Zeichen eventuell herkriegen könnten. Wobei hier unten wäre so ein Zeichen. Hm. Ja, 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 ist ja gut. Eine Sache will ich nur mal ganz kurz ausprobieren. Hm. Nein, es ist keine Scherenzeit. Na gut. Aber das könnte halt vielleicht irgendwie so ein Hinweis sein. Also so sieht auf jeden Fall dieses RC-Zeichen aus. Das sieht aber nicht so aus wie dieses Bettlaken, oder? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das sollten wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ähm, vielleicht können wir mit der Information noch irgendetwas anfangen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir machen auf jeden Fall hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen dann in der nächsten Folge, hoffentlich, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen. Denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.